Das war für heute alles von uns. Ich bedanke mich sehr im Namen des gesamten Teams von Redaktion und Technik für Ihr Interesse. Jetzt geht es hier weiter, wenn Sie wollen, mit der Orientierung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vor allem einen guten Start in die kommende Woche. Wiedersehen.